Tapasana ist die wärmende Stellung. Raffaella zeigt, wie es geht. Bringe die Beine etwas auseinander, beuge dich nach vorne, gib die Oberarme seitlich neben die Oberschenkel, die Ellbeugen um die Oberschenkel und fasse dann mit den Händen an die gegenüberliegenden Handgelenke oder Unterarme. Atme gleichmäßig ein und aus dieses Tapasana.